Hi! Vince McMahon hat ja vor etwas längerem schon gezwungenermaßen die WWE-Führung an Triple H abgegeben. Der ist jetzt der kreative Leiter hier bei WWE. Und so ein bisschen haben wir schon die ersten Auswirkungen gesehen und können glaube ich schon so ein bisschen auch einordnen, wer denn so die Gewinner und wer so die Verlierer sind. Und das möchte ich heute mal in diesem Talk mit dem guten Julius machen. Denn Julius kennt ihr aus den vergangenen Talks, aus Reviews. Deswegen Julius, stell dich mal ganz kurz nur vor, für alle Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin der Julius. Du hast mich ja auch schon vorgestellt. Ich mache mit dir die Reviews und Talks zusammen und ich helfe dir auch so hinter den Kulissen quasi auch noch ein bisschen aus. Passt die Beschreibung so? Das ist doch super. Kurz und knackig zusammengefasst. Ja, das Thema heute, wie gesagt, ist die großen Verlierer und Gewinner der Triple H-Ära. Ich muss sagen, meine Gewinnerseite ist eigentlich ziemlich lang, aber dafür ist meine Verliererseite, ja, das schaut so ein bisschen mau aus. Aber wie ich mit dir im Vorgespräch irgendwie schon herauskristallisiert habe, hast du da ein paar Leute mehr? Weil ich sehe momentan, ehrlich gesagt, niemanden, wo ich sagen würde, ja, das ist eine Person, die unter Vince McMahon bessere Chancen gehabt hätte oder ein besseres Standing als jetzt unter Triple H. Mensch, wen hast denn du auf deiner Liste von den Verlierern? Ja, also, ich muss schon mal sagen, bei dem Verlierer muss ich bei einigen Namen auch weit ausholen. Ich muss da auch dazustimmen. Ich habe auch jede Menge Gewinner. Aber bei den Verlierern, da kann ich mal den ersten Namen in den Raum werfen. Almost, von denen sieht man gefühlt gar nichts mehr, seitdem Triple H übernommen hat. Stimmt, der, wo ist denn der eigentlich? Der ist irgendwie verschwunden. Stimmt, jetzt wo du es sagst, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Was macht denn der? Er ist bei Raw, der hat ab und zu Jobber-Matches. Der hatte jetzt sein kleines Programm mit Strowman, was wahrscheinlich auch ein Wunsch von den Saudis war. Aber dann kam gar nichts mehr. Stimmt. Ein weiterer Name, den ich noch auf der Liste habe, ist Virmahan. Der wurde jetzt wieder zu NXT zurückgeschickt. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt ein Verlierer ist. Ich glaube, es ist für ihn doch irgendwie ein Gewinn, weil er bei NXT mehr Erfahrung sammeln kann, als er jetzt bei Raw könnte. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich würde es gar nicht als Verlierer. Aber kurz mal zu Omos noch. Das wollte ich da irgendwas sagen. Ich habe gerade den Faden. Bleib mir bei Virmahan. Bleib einfach da. Ich wollte noch irgendwas. Wenn es mir später einfällt, sage ich es nochmal. Also wie gesagt, es ist... Wie gesagt, dein Punkt, dass eine Zurückstufung zur NXT jetzt nicht unbedingt was Negatives sein muss. Aber er wurde ja auch anfangs, so kurz nach WrestleMania, auch gut gepusht von Vince McMahon. Er wollte ihn dann nochmal als Comedy-Charakter probieren. Aber an sich kann ich... Ja, wenn der Punkt von Comedy-Charakter erreicht ist, dann ist, glaube ich, deine WWE-Karriere mehr oder weniger um. In den meisten Fällen. Das ist jetzt meine Meinung zu dem Thema. Weil wenn sie keine Idee mehr haben für dich, dann wirst du ein Comedy-Charakter. Das hast du beim Great Khalil gesehen, der erst ein Riesenmonster war. Und irgendwann hatten sie keine Idee, was man daraus machen kann. Weil das große Monster aus Indien, das ist halt sehr eindimensional. Und viele mitmachen kann man halt auch nicht. Und das haben sie dann auch irgendwann gemerkt. Und deswegen wurde auch der Great Khalil zum Comedy-Charakter. Und wie wir wissen, irgendwann war dann auch Ende. Deswegen, ich glaube, so Comedy-Charakter ist so... Ja, der letzte Atemzug eines WWE-Wrestlers, bevor er dann noch entlassen wird. Also da gebe ich dir definitiv recht. Ich habe jetzt einfach mal wir genommen, weil das jetzt in diesem kurzen Zeitraum jetzt mal doch als Verlierer einstufen kann, wenn er vom Main-Roster zurück zur NXT-Team muss. Und mit Indoshare, da blüht er jetzt auch ein bisschen auf an der Seite von Sanka, der war auch vor seinem vorherigen Main-Roster-Call-Up auch als Tag-Team zusammen. Und die fehlen zurzeit dort auch mit den Creed-Budders. Also langfristig würde ich den auch nicht mehr in die Verlierer-Abteilung. Aber aktuell habe ich ihn jetzt mal als Verlierer hingeschrieben. Vielleicht kommt er ja irgendwann viel besser zurück, mit besseren Micro-App, besseren In-Ring-Fähigkeiten. Man weiß es ja nicht. Dafür ist ja eigentlich auch NXT da irgendwie. Aber ich habe auch noch ein paar andere Namen auf der Liste, wenn wir jetzt schon so sind, die auch in diese Kategorie gehen. Zurzeit läuft es noch nicht so. Ja. Da würde ich auch sagen, Raquel Rodriguez würde ich da sehen. Ja, stimmt. Stimmt, seit ... Ja. Hat sich auch nicht bei ihr viel getan. Obwohl, wenn man ihren NXT-Run verfolgt hat, in der steckt sehr viel Potenzial drin. Ich glaube, Triple H weiß das auch. Aber es gab noch nicht diesen Wendepunkt in Rodriguez-Charakter, den sich viele, glaube ich, gewünscht haben, als Triple H die Macht übernommen hat. Deshalb habe ich Rodriguez jetzt auch erst mal noch als Verlierer hingeschrieben. Die dümpelt auch so ein bisschen bei den Augen, ja. Dann habe ich noch Baron Corbin noch hingeschrieben. Baron Corbin. Ich glaube eher, Baron Corbin ist einer von den Gewinnern eher. Er hat zwar immer noch diesen Kack-Charakter von diesem Glücksspiel-König-Gewinner, aber er hat jetzt einen JBL an der Seite. Und ich glaube, der kann ihm doch noch viel, gerade als Heal noch beibringen, was man beachten muss und so. Ich glaube, der profitiert schon. Das ist, glaube ich, doch ein Gewinner. Gerade jetzt mit JBL an der Seite. Auch wenn jetzt keine richtige Story mit ihm jetzt irgendwie am Laufen ist. Ich glaube trotzdem. Also da bin ich tatsächlich unterschiedlicher Meinung, weil bislang ist jetzt in dieser Paarung JBL Baron Corbin mehr JBL, der im Vordergrund steht. Und Corbin war auch eher für sein Mic-Work bekannt. Das übernimmt jetzt alles JBL. Warum brauchst du einen Manager, wo du schon selber ein gutes Mic-Work hast? Und Corbin als neuen Wrestling-Gott hinzustellen, der ist jetzt auch nicht gerade der Beste im Ring. Es bräuchte halt einfach eine Story. Es bräuchte einfach eine Story, indem man das Ganze gut verpackt. Ich bin weiterhin der Meinung, dass Baron Corbin von JBL durchaus lernen kann, wie man als Heal noch besser agiert, als er sowieso schon kann. Du sagst es ja, Mic ist ja super. Machen wir noch zu Ende deinen Punkt? Das war schon mal ein Punkt. Viel kommt dann nicht mehr. Okay, ich dachte, da kommt noch was. Ich wollte nur sagen, wie man bisher das Duo JBL-Corbin einsetzt, das ist schon sehr auf JBL fixiert. Also da sollte der Fokus mehr auf Corbin gerichtet werden. Und wie du schon gesagt hast, da fehlt noch die Storyline. Der Charakter ist halt einfach scheiße von Baron Corbin. Sagen wir es mal, wie es ist. Das war mal eine Zeit lang lustig. Er ist komplett broke und dann sind sie in Las Vegas und gewinnt alles. Das war mal lustig, aber auf Dauer ist das doch auch scheiße. Da fehlt diese Charakterentwicklung einfach bei Corbin. Ja, das ist halt alles das Gleiche. Es passiert einfach nichts. Das ist das Problem, was ich habe. Es ist immer noch das Gleiche, wie vor einem Jahr, jetzt nur, dass er JBL noch hat. In welche Richtung könnte das noch gehen? Was könnte man diesen Charakter noch weiterentwickeln? Ein bisschen arroganter. Ja, arrogant ist er ja schon. Mehr geht er nicht, glaube ich. Dieses Poker-Segment jetzt bei Raw, das war jetzt für mich jetzt auch wieder so. Also das ist nie mehr so danach, ach, wir müssen irgendwie Zeit füllen, um noch ein Match irgendwie hinzukriegen. Aber ich wüsste auch nicht, wie man alles wieder rauskommt, ne? Aus diesen, ja, vielleicht gibt es, dass in JBL noch mal einen Ring steckt, das ist, glaube ich, ausgeschlossen, dass es am Ende irgendwie ein Match zwischen Baron Corbin und JBL gibt. Das ist, glaube ich, Wunschdenken. Aber ich weiß nicht, wohin das noch gehen soll mit Baron Corbin. Keine Ahnung. Ja, da müssen wir wirklich abwarten, wie das mit Baron Corbin weitergeht. Einen weiteren Namen, der auch von Vince McMahon als auch von anderen großen Köpfen innerhalb der WWE hoch gehandelt wird, Matt Cap Moss. Soweit ich mich erinnere, stand er dieses Jahr mal in der Bank-Lider-Match. Und seitdem Triple H da ist, spielt er auch keine große Rolle mehr. Jetzt gibt es diese Liebestory mit Emma. Ja, es ist immerhin etwas. Aber Matt Cap Moss war da auch so ein Dude, der eigentlich vorher auch nicht so viel in den WWE-Shows zu sagen hatte. Er hat zwar die Unreal-The-Giant-Battle-Royale gewonnen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aber das hat ja auch nichts mehr groß anzuheißen. Das gewinnen alle möglichen Leute und daraus wird eigentlich nichts gemacht. Aber per Gliechen wurde er schon doch ziemlich prominent in der Midcard von SmackDown eingesetzt. Und mittlerweile ist er... Hat er ja nicht ein Match gehabt? Noch ein eigenes Match bei WrestleMania? Gegen wen ist Drew McIntyre angetreten? Das war jemand anderes, oder? Nee, das war Corbin gegen McIntyre. Ah ja, okay, okay. Ja, ich habe bloß in Erinnerung gehabt, Matt Cap Moss war da auch irgendwie dabei. Aber ja, klar, klar. Er gibt Sinn. Aber wir können ja auch... Darauf können wir auch nochmal zu den Gewinnern zurückkommen. Ich würde mal so grob behaupten, dass Matt Cap Moss, wenn Vince McMahon nie sein Amt zurückgeben hätte müssen, oder zurücktreten müssen, wäre Matt Cap Moss wahrscheinlich heute schon mindestens einmal Intercontinental Champion. Matt Cap Moss hat das... Leg ich mir jetzt mal so aus dem Fenster. Matt Cap Moss hat das selbe Problem wie Baron Corbin. Der Charakter... Bei Baron Corbin ist es einfach langweilig. Es ist einfach ausgelutscht. Und Matt Cap Moss hat irgendwie keinen. Er ist einfach ein Wrestler. Er hat einfach keinen Gimmick. Ich weiß nicht. Da bräuchte es mir irgendwas. Das ist ja die schlechten Witze. Dann hat er die schlechten Witze abgelegt. Neues Outfit. Aber das ist doch kein Gimmick. Das ist doch kein Gimmick. Das ist einfach nur ein Wrestler und fertig. Das ist nichts Besonderes, was irgendwie aus der Masse heraussticht. Er ist einfach da und das war's. Er hat nichts Besonderes. Vielleicht kann sich jetzt auch durch die Emma-Story sich noch jetzt ein bisschen mehr Charaktertiefe entwickeln. Das ist auch wieder etwas, wo man... Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Wochen da so bringen. Ich hätte vielleicht noch einen Namen, den ich in den Ring werfen könnte. Ja. Ronda Rousey. Boah, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, Ronda Rousey, er ist selber das Problem und nicht, dass die Führung gewechselt hat. Ich glaube, sie ist... Ja, aber... Sie wechselt auch ziemlich stark zwischen Heel und Face seit dem Triple H. Erst beim Summerslam, wo sie Richtung Heel geht, dann geht sie wieder Richtung Face in der Fede mit Morgen. Jetzt geht sie wieder in die Heelschiene rein. Kann das sein, dass Triple H nicht so wirklich Plan hat, wie man Ronda Rousey einsetzen soll? Also, für mich wirkt das schon ziemlich planlos, weil er versucht irgendwie das Bestmögliche aus Ronda rauszuholen und ich höre ja, und man liest ja auch viele sagen, Ronda Rousey, das kann man nicht mit dem ersten Run vergleichen, was Ronda bisher leistet. Es ist schon seltsam. Es ist schon seltsam, das stimmt schon. Und auch Triple H kann es mit seinem Booking auch nicht kaschieren, dass Ronda Rousey nicht das abliefern kann, was sie in ihrem ersten Run gezeigt hat. Was willst du mit Ronda Rousey machen? Also, ich würde erst mal den Titel abnehmen und dann erst mal eine vernünftige Fede mit irgendjemandem reinstecken. Vielleicht mit Shayna Baszler oder so. Die passen ja vom E-Ringsee ganz gut zusammen. Vielleicht ergibt sich da irgendwas ganz Cooles. Ich glaube auch, dass das langfristig auf ein Duell zwischen Baszler und Ronda hinauslaufen wird. Vielleicht auch der Road to WrestleMania würde es sein, weil ich gehe fest davon aus, dass WWE mit Ronda gegen Becky gehen wird für Mania. Ich sehe schon, bei WrestleMania gibt es ein MMA-Match zwischen Ronda Rousey und Shayna Baszler, was eigentlich keiner braucht, weil MMA und Wrestling, ja, das kannst du schwer kombinieren. Jetzt vom Standpunkt her, dass das Ganze beim Wrestling einstudiert ist und beim MMA halt ein realer Fight ist. Und das meine ich eher. Ja. Ich sage nur Raw und Underground. Ich würde auch noch mal kurz drei Namen, einfach jetzt ohne das Gespräch vertiefen zu wollen. Eigentlich könnte man ja alle, die die Triple H, ehemalige, die von Vince McMahon entlassen worden sind, als Gewinner einordnen. Aber ich habe auch ein paar persönlich eingeordnet, die langfristig oder auch enttäuschend waren jetzt dafür, dass Triple H zurückgeholt hat. Einmal habe ich einen Karrion Kross. Seine Fehler mit McIntyre war nicht gut. Eigentlich glaube ich, dass Triple H im Plan hatte, ihn als einen Contender für Reigns aufzubauen. Hat nicht funktioniert. Und jetzt tümpelt er vor sich hin, ne? Was macht denn der momentan überhaupt? Nach McIntyre war der irgendwie... Der hat jetzt... Ich weiß nicht. Er hat jetzt einen Teaser mit Rey Mysterio angeteasert und das war's dann. Ja, mit Rey Mysterio. Die sind jetzt auch wieder Jobber. Immer kurz zu Baron, äh, nicht zu Baron, zu Karrion Kross und Rey Mysterio, gerade zu Rey Mysterio. Rey Mysterio ist irgendwie ein Fehler mit jedem. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Mit Dominic Mysterio am Judgment Day, mit Karrion Kross und irgendwie doch nichts ganzes, auch nichts halbes. Ist ja sehr seltsam mit Mysterio, aber gut. Ja, es ist sehr seltsam. Und auch ein Name, der, glaube ich, sehr kontrovers sein wird, auch für dich wahrscheinlich, Braun Strowman. Braun Strowman. Ja gut, wir haben's vorhin schon mal angesprochen. Er war mit einer Feder mit Omos, aber dann war's dann auch schon wieder. Und jetzt ist es halt einfach nur da. Ich würde ihn jetzt nicht allein von der Einsetzung her jetzt als Verlierer einordnen, aber so was ich mitbekomme und was er auch heute wieder in einem Interview von sich gegeben hat bezüglich Reigns' Nachfolger, also Reigns' Nachfolger, dass er derjenige sein sollte, der Reigns die Titel abnimmt. Dass er sagt, ey, ich muss doch so ein Typ sein wie ich. Ich bin groß, ich bin gut gebaut. Ich glaube, Braun Strowman hat auch so ein richtig fettes Ego. Das steht ihm oft im Weg, gerade bei so was jetzt auch. Aber du fragst dich dann meistens auch, ist das im Charakter jetzt oder meint er das wirklich so? Das ist dann auch so ein Ding, muss man sich überfragen. Also wenn du dich bei einer seriösen Zeit um dich hinsetzt und so dermaßen auf dem Putz haust, dann wirst du dir Backstage einige Feinde machen und Triple H wird jemand sein, der Wert auf Harmonie legen wird. Aber überleg doch mal. Im Backstage-Bereich. Überleg allein mal an die Storys, als er im Indie-Bereich unterwegs war, was er für gagen wollte. Und deswegen hat ihn erst auch fast keiner geguckt. Und ja, ich glaube, Braun Strowman, der hält zu viel von sich. Das ist das Problem. Ja, und deshalb würde ich ihm jetzt, jetzt nicht von seiner Einsetzung, aber langfristig werde ich ihn als Verlierer jetzt schon einordnen, weil viele sehen immer noch in Strowman den Main Event da, aber mit so einem Verhalten, dass du so ein aufgeblasenes Ego hast, dann wirst du nicht in diesen Main Event-Bereich mehr vordringen können unter Triple H. Apropos aufgeblasenes Ego, was ist denn eigentlich mit Goldberg? Würdest du den als Verlierer einstufen? Weil das wäre der einzige Name gewesen, wo ich sage, ja, irgendwie schon. Goldberg. Was soll ich zu Goldberg sagen? Er hat jetzt seine Matches absolviert schon unter Vince McMahon, die in seinem Vertrag stunden. Meinst du, um der Triple H wird es da nochmal was geben? Ich bin da mir gar nicht so sicher. Eher in die Richtung Nein. Ich gehe auch Richtung Nein. Also da wird, ich glaube, Triple H wird auch nur noch auf Teilzeit-Wrestler setzen, die auch wirklich wollen. Und was er bisher mit Lesnar gemacht hat, war jetzt auch nicht allzu schlecht. Das mit Lesnar. Ich fand das großartig mit Lesnar. Also der Run jetzt, ich fand das großartig. Du meinst mit Lesnar? Ja. Ja, sprich ruhig weiter. Ja, also das mit Lesnar, da haben wir auch wieder gesagt, ah, das Crown Jewel-Match war jetzt nicht so das, was ich mir erhofft habe. Aber was man jetzt daraus gemacht hat, aus dieser Niederlage von Lesnar gegen Lesnar, das finde ich sehr, sehr gut, wie das bei Raw immer wieder eingesetzt wird. Ja. Also da stimme ich dir zu, ja. Da kann uns was wirklich Großes noch erwarten auf der Road to WrestleMania mit Lesnar und Lesnar. Das war dann dieses große Match gegen, was wir uns schon für Crown Jewel gewünscht hatten. Ja, bei Crown Jewel, das war gelinde gesagt nicht so der Burner. Das muss man schon so sagen. Aber man hat es gut in Lashleys Story-Arc jetzt gut eingebaut, diese Niederlage. Vor allem auch, wie sie entstanden ist. Ja, ja, ja. Das stimmt. Früher hat man das Ganze unter den Tisch gekehrt und jetzt, ja, baut man das doch irgendwie schön in Storys mit ein. Das gefällt mir. Also es wirkt wirklich so, als hätte sich Triple H wirklich dabei was gedacht hinter diesen Matchausgaben. Das finde ich gut, das finde ich gut. Wenn wir Matches haben, wo wir uns fragen, was für eine Scheiße war denn das, das aber im Nachhinein noch aufgearbeitet wird und irgendwie doch versucht wird zu erklären und das in eine Story mit eingebracht wird, dann habe ich absolut nichts gegen absolut beschissene Matches und komische Endings und Finishes und was weiß ich alles, wenn es sich im Nachhinein doch irgendwie aufklärt, dass es doch gut war. Das sieht man jetzt bei Austin Theory auch. Alle haben sich gefragt, ey, warum musste der denn den Titel gegen den US-Champion einsetzen, äh, den Mann in der Bank-Koffer, dann doch irgendwie fehlen? Im Endeffekt hat sich doch, das doch irgendwie passt das in die Story mit Austin Theory jetzt hier, komplett neue Charakter, scheiß auf Selfies, ich bin jetzt hier und dreh komplett am Rad und hol mir doch den Titel. Es passt doch irgendwie. Wenn du jetzt schon mit das Austin Theory-Thema jetzt anbrichst, da würde ich jetzt auch zu den Gewinnern jetzt rübergehen und den würde ich jetzt sogar schon als Gewinner einordnen. Definitiv. Ich weiß nicht. Weil all diese Niederlagen, dieses eine Promoduell mit Owens, wo Owens gesagt hat, ey, hier wird doch alles auf einem scheiß Silbertabett serviert, du musst erst mal was selber schaffen. Dann kam der gefällte Mann in der Bank-Cash in und dann dieser Charakter-Change um 180 Grad. Das ist das Beste, was man hätte machen können. Ich weiß bis heute nicht, wie man da einen erfolgreichen Cash-in hinbekommen hätte. Ich weiß bis heute nicht, wie man da einen gefailten Cash-in mit dem Charakter hinbekommen hätte, der dann auch so bleibt. Es gäbe einfach alles keinen Sinn. So ist es perfekt. Austin Theory merkt selber, dass das Ganze nichts bringt, er sich mal ein bisschen verändern muss und jetzt so einen düsteren, so ein bisschen durchgeknallten Charakter hat. Finde ich das Beste. Und Randy Orton-like habe ich schon, würde ich schon fast sagen. Ja, ich habe auch schon gelesen, er wird so als nächster John Cena gehandelt. Und ich würde zwar nicht so weit gehen, aber in die Richtung geht es irgendwie. Wenn man schon sieht, wie er schon in seiner Winz-Phase mit dem Publikum interagiert hat, da muss man schon sagen, der Bursche ist erst Mitte 20 und der beherrscht ein super Mic-Work. Er weiß wirklich, wie man mit dem Publikum spielen kann. Also das kriegen nicht viele hin. Ich finde es ein bisschen traurig, immer wenn in den Kommentaren bei mir oder in anderen WI Deutschland auf Facebook oder sonst irgendwo, wie immer über Austin Theory hergezogen wurde. Ach, der kann doch nichts mit seinen scheiß Selfies und alles. So Leute, das ist ein Charakter. Oder? Der Charakter, den spielt er gerade. Und es ist halt, er kann nichts dafür. Er hat es bestimmt drauf, genauso wie ein Sami Zayn. Da wird ja auch drüber hergezogen. Ah, das ist doch alles nur lächerlich, was der Sami Zayn erkannt. Er kann doch nichts, bla bla bla. Die haben das alle drauf, sonst wären sie nicht bei WWE. Bei den meisten zumindest. Und ja, auch ein Austin Theory hat es drauf. Man sieht es doch. Du hast es gerade eben angesprochen, mit dem Publikum interagieren. Das können viele nicht. Aber ein Austin Theory kann das. Und gerade das in dem Alter, Respekt. Weil du auch schon sagst, viele hassen den Charakter. Da muss man auch mal für Vince McMahon auch mal in die Bresche springen. Klar, darüber haben wir auch schon gesprochen. Den Koffer hat er nicht gebraucht. Das kam viel zu früh. Aber jemanden als Ziel zu pushen, indem du ihn wirklich so richtig krass nach oben pusht, a la Cena oder Reigns. Und dann versuchst, wirklich als Ziel darzustellen. Also das fand ich auch, das war mal was ganz Neues von Vince McMahon, diese Idee. Aber den Koffer hat es nicht gebraucht für diesen Charakter. Definitiv nicht. Aber Vince McMahon, das war eh so ein Typ, der hat an alle Werte festgehalten. Du hast einen The Rock gehabt, den man ins Unendliche gepusht hat. Einen Hogan. Und John Cena hat es ja auch geklappt. Aber irgendwann haben wir den Punkt erreicht, da klappt das einfach nicht mehr. So Leute komplett ins Unendliche pushen, out of nowhere. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Man kann so einen Cena run. Aber das war sich ja in Vince damals bewusst gewesen. Mit Fury hat er gesagt, gut, wir geben ihm wieder so einen großen Push, aber ich stelle ihn diesmal als Ziel dar. Hat am Ende aber nicht so funktioniert. Aber gut, jetzt hat es sich doch dann doch... Also ohne den Koffer hätte es wahrscheinlich auf lange Sicht funktioniert, aber jetzt auch mal ein Fragezeichen dahinter, ob das auf lange Sicht wirklich funktioniert. Also wir halten mal fest, den Koffer hat er auf jeden Fall nicht gebraucht. Es wäre komplett wasted, der Koffer für das letzte Jahr. Aber gut. Ja. Vielleicht dieses Jahr. Vielleicht dann 2023. Wenn wir jetzt schon bei Gewinnern sind, welche Namen oder welche Brands möchtest du vielleicht als Gewinner jetzt mal in den Raum werfen? Ich habe mir erst noch ein paar Namen aufgeschrieben, aber irgendwann waren da so viele Namen, wo ich dann einfach irgendwie noch in Gruppen zusammengefasst habe. Ich würde sagen, die alten NXTler, also Johnny Gargano, Dexter Loomis und wie sie alle heißen, die jetzt alle zurückkommen und doch irgendwie ihre Chancen sehen, doch in den Main-Shows irgendwie Fuß zu fassen und einen schönen Arbeitsplatz zu finden. Ich glaube für mich, das sind alle so Gewinner, weil die wissen, wer Triple H ist. Die wissen, wie Triple H shows, die wissen, wie Triple H als Führung dient. Und die freuen sich riesig, dass sie jetzt doch zu WWE können, weil viele davon sind ja selber WWE-Fans und sind damit aufgewachsen. Und der größte Traum ist immer noch wahrscheinlich, irgendwann doch dann erfolgreich bei WWE zu sein. Und deswegen glaube ich doch, dass so die alte NXT-Black-and-Gold-Fraktion ja doch irgendwie schon die großen Gewinner sind. Also du hast ja jetzt schon gesagt, Johnny Gargano hat sich zum Beispiel nicht auf die Liste gepackt. Dem fand ich jetzt noch so, da hatte ich mehr erwartet, wo er zurückgekommen ist, aber... Ich gebe dem noch Zeit, aber ich glaube, unter Vince McMahon wäre er jetzt nicht da, wo er jetzt ist. Nämlich bei Raw. Also der wird wahrscheinlich dann irgendwie, was weiß ich denn nicht, sowas wie Neville bringen oder so, einfach nicht mehr kommen oder was weiß ich denn nicht. Also ich würde dann noch, weil du schon sagst, NXT-Black-and-Gold-Fraktion, möchte ich auch noch ein paar Namen ergänzen. Io Sky. Ja. Für mich der MVP von Damage Control, die auch am stärksten dargestellt wird, meiner Meinung nach. Dakota Kai, ein Santos Escobar, eine Shayna Baszler hätte ich auch noch und ein LA Knight natürlich. Der war ja eigentlich schon weg unter Vince McMahon. Ja. Willst du zur NXT-Black-and-Gold-Fraktion noch was sagen? Ja. Ja, da habe ich jetzt fast alle Namen, glaube ich, jetzt in den Raum geworfen, die es gibt. Weil dann würde ich gerne mal... Wenn wir jetzt schon bei Frakt... Wenn wir jetzt bei Fraktionen sind, dann möchte ich jetzt mal die nächste Brücke schlagen. Und zwar möchte ich jetzt mal... Stopp, stopp. Lass mich mal kurz da rein. Wenn wir schon bei NXT-Black-and-Gold sind, würde ich auch mal die neue NXT-2.0-Fraktion mit reinwerfen. Die sehe ich doch auch als Gewinner der Triple H-Machtübernahme. Definitiv. Die habe ich auch auf der Liste. Gut, dass du das noch mit angesprochen hast. Also man merkt auch, das Gesamtprodukt wird besser. Ja. Aber die Vorarbeit, die schon unter Vince geleistet wurde, die ersten Früchte werden schon langsam geerntet. Guck dir ein Solo Sokoa an oder ein Santos Escobar, die jetzt schon hochgezogen worden sind. Die sind eigentlich super fertige Stars. Und für mich ist auch Solo Sokoa unter Triple H ein großer Gewinner. Weil der Typ ist gerade mal vier Jahre in Wrestling, ein Jahr bei der WWE. Und der ist jetzt schon genauso hoch wie seine Brüder. Also ich muss sagen, Solo Sokoa ist jemand, bei dem ich mich am meisten freue, wie es dann in Zukunft noch weitergeht. Ob er die Bloodline doch irgendwie infiltriert oder die dann zum Einsturz bringt. Das dürfte noch sehr, sehr interessant werden mit dem guten Kerl. Ja. So, jetzt möchte ich auch nochmal diesen Punkt nochmal ansprechen. Aber gut, dass du nochmal den NXT-Punkt erwähnt hast. Ich habe drei Fraktionen, die für mich als die Gewinner unter Triple H zählen. Einmal ist es die Bloodline. Die Bloodline? Weil unter Vince McMahon gab es nur Roman Reigns und die anderen sind nur da. Aber die Usos haben... Jey Uso hat jetzt unter Triple H einen eigenen Charakter gekriegt. Jimmy, Sami Zayn als Ehren-Us. Sami Zayn für mich bislang einer der größten Gewinner unter Triple H. Wenn man mal bedenkt, das für einen Stand ja noch unter Vince hatte. So habe ich das noch nie betrachtet. Aber klar, stimmt. Stimmt, ja. Weil die Bloodline... Ich habe mir auch nochmal im Vorfeld zu dem Video auch nochmal angeguckt, wie die Sami Zayn-Bloodline-Story unter Vince noch war. Da war Sami nichts anderes als Randall aus Disneys Große Pause, der einfach nur gepetzt hat zur Bloodline, was Backstage alles abging. Stimmt. Und als Triple H übernommen hat, da ging diese Beef-Sache mit Jey Uso immer mehr los und dass er sich immer mehr Roman Reigns sich angeschmissen hat. Das stimmt. Hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt für mich. Also wenn ich jetzt die Information jetzt nicht... Hätte ich jetzt einfach gesagt, ja neutral. Also da hat sie nicht viel getan, aber stimmt. Alle Charaktermitglieder haben da eine viel größere Charaktere. Das stimmt schon. Auf jeden Fall Gewinner. Ja, ja, klar. Und du brauchst jetzt auch nicht mal einen Roman Reigns, sondern jetzt reicht es schon aus, wenn du Sami die Usos und Solo Sokoa zu Raw oder Smackdown schickst. Weil die ziehen jetzt genauso viel, meiner Meinung nach, wie einen Roman Reigns, der noch unter Vince noch immer aufgetaucht ist. Ja, stimmt. Und das ist genau, was die WWE gebraucht hat. So einen Roman Reigns musst du jetzt dann auch nicht mal jede Woche bringen. Das Problem unter Vince McMahon war halt, dass er sich gern auf eine einzige Person fokussiert hat. Und das Ganze weicht ein bisschen auf jetzt. Auch wenn immer noch ein Roman Reigns immer noch World Champion von allen möglichen ist. Aber die Star Power, die wird ein bisschen mehr verteilt in der Bloodline. Da hast du schon recht. Ja. Also Roman Reigns ist immer noch mit Abstand der Topstar. Jetzt nichts eingebüßt von seiner Star Power. Ich möchte da mal kurz was zu Roman Reigns sagen. Ich verstehe auch nicht, warum der momentan so gehatet wird. Ich habe schon gelesen, Roman Reigns, der ist langweilig als Champion. Bla, bla, bla. Und ich weiß nicht. Wenn ihr der Meinung auch seid, schreibt es mal in die Kommentare, warum ihr Roman Reigns als Champion langweilig findet. Klar, er hat beide Titel. Man kann darüber streiten, ob das jetzt wirklich so geil ist. Aber ich finde Roman Reigns, Head of the Table in Tribal Chief, den Charakter, so dermaßen großartig. Ich freue mich auf jedes Segment mit ihm. Ich feiere das richtig. Die ganze Bloodline-Story. Ich feiere das richtig. Deswegen kann ich das nicht so nachvollziehen, wenn Leute sagen, der ist langweilig. Ich brauche Roman Reigns. Der kann doch nichts. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wenn ihr der Meinung seid, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare und begründet das. Ich würde gerne wissen, warum die so eine Meinung sind. Vielleicht können wir ja eine schöne Diskussion und Kommentare darüber führen. Ja. Ja, also ich bin da der ähnlichen Meinung wie du. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Klar, er hat beide Titel. Er ist jetzt Teilzeit unterwegs. Aber das hat ja auch der Undertaker in seiner Last Ride-Doku gesagt oder auch in Triple H. Wenn du erst mal anfängst, in diese Teilzeit-Schiene reinzugehen, ist es übel schwer, weil du ja weniger Matches hast, überhaupt immer entsprechend abzuliefern, wenn du diese paar Matches im Jahr hast. Und Roman Reigns hat es jedes Mal abgeliefert, seitdem er jetzt zum Teilzeit-Wrestler umgestiegen ist. Brauchst du Matches von Roman Reigns bei Raw und SmackDown, ganz ehrlich? Brauchst du Matches von ihm? Das funktioniert auch ohne Meinung nach. Also wenn du jetzt schon über zwei Jahre Champion bist, dann ist es wirklich besser und schon fast alle großen Namen besiegt hast bei WWE. Dann macht es schon durchaus Sinn, wenn du dich ein bisschen rar machst, weil irgendwann hast du dich satt gesehen. Und das wird sich auch, glaube ich, mit Roman Reigns auch ein bisschen dabei gedacht haben. Ich brauche nicht jede Woche einen Superman-Punch. Ich brauche nicht jede Woche einen Spear. Ja, man könnte es auch super in der Story eigentlich verpacken. Was soll ich denn jede Woche in Raw reinsteigen? Bei SmackDown in der Regel. Warum denn? Ich habe doch schon alles besiegt. So richtig auf arrogant. Wäre doch super. Macht er doch auch so ein bisschen eigentlich schon. Hat man ja Anfang des Jahres ja auch schon gemacht, wo man ihn Rawlend als Gegner präsentiert, wo er schon so zu Adam Pearce gesagt hat. Ach, ich habe doch eh schon alle besiegt. Bämf aber irgendeinen. Die will ich eh wieder besiegen. Ja. Deswegen passt das doch auch irgendwie in die Storyline. Mhm. Ja. Ja. Hast du noch... Wir bleiben mal bei Gruppierungen und ich gehe mal zum nächsten Namen. Brawling Brutes. Zur nächsten Gruppierung. Die Brawling Brutes. Banger after Banger after Banger after Banger. Die würdest du als Gewinner... Also spätestens nach Clash at the Castle sind die für mich klare Gewinner. Weil Rich Holland, den ich noch bei WrestleMania stark für seinen Big E-Vorfall kritisiert hatte. Ja. Der hat sich extremst weiterentwickelt an der Seite von Pete Dunne, aka Butch. Aber Rich Holland hat das selbe Problem wie Madcap Monster. Er ist einfach nur da als ein Wrestler und hat kein richtiges Gimmick. Ich weiß nicht. Er ist so unscheinbar. Er bleibt mir nicht im Gedächtnis. Aber durch diesen Brawling Brutes-Charakter hat er wenigstens etwas, worauf er aufbauen kann. Ja, ein bisschen, aber das ist noch ein langer Weg. Das ist noch ein ewig langer Weg. Also ich... Das ist ein Charakter, der ist einfach nur da. Er hat nichts großartig, was ihn ausmacht. Da fehlt einfach noch was. Aber du sagst schon, die Brawling Brutes, das wäre ein Punkt, wo man doch aufbauen könnte. Er hat mit Sheamus und Butch zwei sehr erfahrene Leute an der Seite, die ihm auch weiterhelfen können. Ja. Und das ist immer nicht falsch, wenn du dich als relativer Neuling immer an die erfahrenen Leute hältst, die auch was auf dem Kasten haben. Weil der färbt immer irgendwas auf dich ab. Man lernt immer das. Ja. Und für mich der größte Sieger von den Brawling Brutes ist für mich Sheamus. Punkt. Das musst du mal begründen. Warum denn Sheamus? Sheamus war schon unter Vince McMahon gut, aber Anfang des Jahres hat er schon wieder doll nachgelassen. Aber als Triple H... Es war auch schon unter Vince McMahon so, wo er sein Programm mit McIntyre hatte. Ich glaube, die erste Smackdown unter Triple H war dieses Donnybrook-Match gegen McIntyre. Super gut. Gut, dann gab es noch das Match gegen Gunther bei Clash of the Castle. Das war ja einfach... Und da... Also wenn da was anderes sagt, als wäre das Match nicht gut. Das Match war großartig. Es war... Und selbst durch diese Niederlage ist Sheamus auf einmal zum Main-Eventer wieder geworden. Ja. Den könntest du aktuell jederzeit gegen Reigns stellen. Niemand würde sich beschweren, weil Sheamus hat einfach seine Daseinsberechtigung als World-Title-Contender. Definitiv, ja. Und der liefert auch... Sheamus ist nach wie vor einer. Der ist so jemanden, der im Alter immer besser wird. Also der lässt auch nie nach, sondern der wird gefühlt immer besser. Er ist wie ein alter Wein, umso älter er wird, umso besser wird er. Ja. Ja. Und ich hätte noch eine dritte Kopierung, die auch schon unter Vince McMahon eigentlich schon so gut wie tot war. Judgment Day. Oh, schwierig. Schwierig. Judgment Day ist auch so ein Ding, die sind da, aber großartig... Ja, interessieren tun sie mich aber eigentlich auch nicht. Für mich ist Judgment... Also für mich ist Judgment Day eines der besten Sachen, die bei Raw zur Zeit herumlaufen. Rhea Ripley macht einen super Job. Ja, Rhea Ripley... Dominik Mysterio ist auch so ein Ding, wo ich sage, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er wirkt für mich fehl am Platz bei Judgment Day. Ich weiß nicht, es passt irgendwie nicht. Wir haben die Rey Mysterio Storyline, die immer nur ein wenig angeteasert wird, aber irgendwie passiert da nichts in die Richtung. Rhea Ripley, klar, brauchen wir nicht drüber streiten, ist großartig. Dominik Mysterio finde ich komplett fehl am Platz, weil es ist... Ich weiß nicht, er passt nicht rein. Dann haben wir noch Finn Balor ein bisschen mit H.S. Dals beefed und wie heißt der andere noch? Damien Priest. Damien Priest, genau. Ja, ist auch einfach da. Ich weiß nicht. Aber Damien Priest ist jemand, der jetzt nicht so auffällt für einen Zuschauer wie dich, aber ich finde, Damien Priest ist jemand, der hat auch ein super Match mit Edge gehabt in Toronto bei einer Raw und der ist wirklich jemand, den du jederzeit auch um den US-Title fehlen lassen könntest. Und Finn Balor, das habe ich auch gehört, Triple Edge, soll große Pläne für ihn haben. Er soll auch wieder Richtung Main Event gepusht werden. Das finde ich schön, ja. Und ja, also für mich und auch so wie mein Judgment Day präsentiert, also ich, da lege ich auch große Zweifel an den Tag, ob die auch so gut dargestellt worden wären, wenn Vince McMahon noch da gewesen wäre. Das glaube ich nicht, aber wie gesagt, ich enttäusche das Ganze so ein bisschen. Die sind jetzt einfach da und die machen ein bisschen was und die machen ein bisschen was und irgendwie macht doch irgendwie keiner was. Also für mich ist wirklich Judgment Day eine super Gruppierung. Schreibt das mal in die Kommentare auch, was ihr so von Judgment Day haltet. Und vor allem von Rey Mysterio, äh, Rey Mysterio, Dominik Mysterio, ob der für euch auch so fehl am Platz wirkt. Der ist einfach da, der wirkt so jung, so unerfahren, er passt da irgendwie nicht rein, als hätten sie einfach den Typen von der Straße aufgesammelt und der ist halt jetzt einfach da. Ja? Vielleicht, vielleicht entwickelt sich noch eine Dynamik zwischen ihm und Rey Ripley, vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Gibt's ja schon. Ja, aber das reicht mir noch nicht. Was willst du noch? Eine Lifestack Celebration? Nein. Nichts in die Art Liebe oder so, ne? mich stört, Rey Ripley alleine, ne? Bombay. Mit Mysterio an der Seite auch in Ordnung. Aber Dominik Mysterio alleine, ja, ich weiß nicht. ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ohne seinen Vater wirkt er jetzt doch schon etwas besser jetzt, dass er jetzt den nicht mehr an der Seite hat. Und das, 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 das stimmt schon, ohne seinen Vater, dass er mal was eigenes macht, aber ich weiß nicht, irgendwie wirkt das so, alles so seltsam, so komisch mit ihm. Mir fehlt da irgendwie was. Ich kann nicht sagen, was, aber er passt da irgendwie nicht rein, wie so ein Kind, das irgendwie entführt wurde und jetzt da mittanzt und mitmacht und irgendwie die Hinwäsche bekommen hat, ist es ja auch irgendwie, aber das reicht mir nicht. Okay. Wie gesagt, verbleiben wir jetzt erst mal so. Ich habe auch noch zwei Namen, die wir, die uns komplett noch untergegangen sind bei der Gewinner-Diskussion. Oh, oh, oh. Was kommt denn jetzt? Also mal zu raten, ich gebe dir zwei Schüsse. Okay. Die völlig untergegangen sind bis jetzt. Das lass mich mal überlegen. Also von den Gewinnern. Von den Gewinnern, ja. gar keine neue ist es schon mal nicht. Wir könnten, wir könnten, Seth Rollins. Nein. Nein? Okay. Nein. Okay, einen Versuch habe ich noch. Seth Rollins ist es nicht. Wen gäbe es denn noch? Das ist eine gute Frage. Matt Riddle ist es auch nicht. Der ist ja gerade aus den Shows geschrieben worden. Den würde ich sogar schon fast eher als Verlierer einordnen. Ja, ja, ja. Als klarer Verlierer. Ich habe keine Ahnung. Hau es mal raus. Soll ich beide raushauen? Ja. Einmal ist es Gunther. Ja, klar. Und einmal ist es Bray Wyatt. Stimmt. Ja, klar. Gunther, ganz klar. Wäre Triple H nicht an die Mache kommen, wäre er jetzt wahrscheinlich irgendwo ganz unten. Es gab ja schon vorher News, dass Vince McMahon nicht so begeistert von Gunther ist und ihn eigentlich wieder herabstufen wollte. Stimmt, klar. Und Bray Wyatt, ja. Und ein neues Gimmick geben wollte. Und ein neues Gimmick geben wollte. Und bei Bray Wyatt, das ist fast dasselbe Spiel. Vince McMahon hat nicht viel von ihm gehalten. Und er wäre wahrscheinlich auch nie zurückgekehrt, weil diese kreativen Differenzen, die waren einfach zu groß zwischen beiden. Klar, klar. Gunther und Bray Wyatt. Stimmt. Klar. Ja. Definitiv. Hast du noch Gewinner oder Verlierer irgendwas? Oder möchtest du noch was zu den beiden sagen? Ich habe jetzt auch noch, ich habe jetzt noch, aber dem würde ich jetzt auch schon eher in Black & Gold Fraktion, aber ich habe noch eine, die in sein Stable drin ist. Und zwar eine Selina Vega. Mit Legalo del Fatasma. Weiß nicht, was du jetzt von denen hältst. Ich weiß ja, dass du NXT jetzt nicht intensiv verfolgenst. Ja, deswegen warte ich noch so ein bisschen und schauen mir das Ganze mal an. Ich weiß aber, dass das ziemlich gut sein soll. Und mit Selina Vega. Ich weiß, was macht denn die jetzt eigentlich? Ist die Managerin einfach nur da, ist ein schönes Beiwerk? Oder was macht die da eigentlich jetzt großartig? Na, sie ist jetzt so der weibliche Part von Legalo del Fatasma. Bei NXT war es noch Elektra Lopez, aber die wurde jetzt nicht mit hochgezogen, weil die noch nicht bereit dazu ist in Augen von WWE. Und deshalb hat man die jetzt dann Lina Vega an die Seite gestellt, die wahrscheinlich vom Gesamtpaket her die bessere ist. Und bezüglich Santos Escobar, du hast doch schon das World Cup Final Match gegen Bikoche gesehen, oder? Ja, natürlich. Ja, klar. Und das war eines der besten Matches von Santos Escobar, die ich bislang gesehen habe. Selbe Jigl für Sheamus. Der ist auch wie ein guter Wein. Je länger er bei WWE ist, desto besser wird dieser Mann. Dann bin ich ja noch mehr gespannt. Ja, und Cruz del Toro und Jurakim Raul Mendoza sind auch ein super Tag-Team. Also Legalo del Fantasma, wenn die wirklich gut eingesetzt werden, ist das ein super Table für die Midcard. Und ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben, Santos Escobar, diesen Menschen muss man so schnell wie möglich einen Titel geben, sei es Intercontinental oder US Championship. Braucht so eine Person wirklich Titel, wenn es nicht einfach nur gute Matches zeigt? Und dann irgendwann das ganz große Ding gewinnt. Braucht es da immer einen Titel? So als Zwischenschritt? Ich glaube nicht. Also einen Titel würde ich jetzt auch mal haben wollen, wenn ich jetzt ständig gute Leistungen abliefer. Und Escobar ist wirklich jemand, dem einen Titel sehr gut stehen würde. Mit seinem Charakter. Ja, ja. Aber zurück zu Selena Vega. Ja, muss ich mal schauen, ob die jetzt auch noch Matches zeigt. Weil wenn sie bloß als Managerin agiert, fände ich es ein bisschen schade, würde ich sie sogar als Verliererin einstempeln. Einordnen heißt das, nicht einstempeln. Ja, hoffentlich. Aber sie ist ja TV-Time. Ja, aber als Managerin. Ich möchte sie im Ring sehen. Die hat es durchaus drauf. Die ist nämlich nicht schlecht. Stimmt. Deswegen, ich möchte die gerne im Ring sehen und nicht nur als Managerin, als schönes Beiwerk. Die Zeiten sind vorbei. Ich möchte sie im Ring sehen. Deswegen bin ich noch ein bisschen zwiegespalten in der Hinsicht. Okay. Ja. Wenn ihr noch, hast du noch irgendwas? Ich hätte tatsächlich noch, wenn, es gibt ja auch noch einige Namen, die sind unter JPLH noch gar nicht im TV gewesen. Was glaubst du, wie eine Charlotte Flair, ein Randy Orton, ein Cody Rhodes? Bei Randy Orton ist es auch so, bitte hopp mal jemals zur Rückkehr noch. Ich hoffe es natürlich, aber es ist schwierig momentan. Aber ich glaube, Randy Orton, der wird auch super eingesetzt. Ich habe auch gehört, er soll als Heal dann wieder eingesetzt, während wir dazu kommen. Bitte, bitte. Ich kann, ich kann, ich kann Face Randy Orton nicht leiden. Das ist so eine Person, die muss Heal sein. So wie in Seth Rollins. Ich hasse die Face-Version von Seth Rollins und Randy Orton. Ich brauche die einfach als Heal. Die sind viel unterhaltsamer, viel geiler. Ich habe auch gehört, eine Charlotte Flair soll eventuell kommende Silent Rumble wieder gewinnen. Och nee. Was ich nicht hoffe. Ich habe auch gehört, der Rock soll den Rumble gewinnen. Bitte nicht, der Rock braucht keinen Rumble gewinnen. Genauso wenig wie Charlotte Flair. Nicht schon wieder. Also ich stelle mich schon mal darauf ein, dass viele Leute beim Rumble angepisst sein werden. Ich bin ja jetzt schon angepisst. Bezüglich der Gewinner. Ich bin ja jetzt schon angepisst. Bitte Triple H, mach das nicht. Das ist eine Kack-Idee. Reigns braucht den, äh, der Rock braucht den Titel, äh, den Gewinn nicht, um gegen Reigns anzutreten. Bau das irgendwie anders auf. Ich weiß zwar nicht, wie... Aber das Problem wird sein, wenn sie Cody Rhodes den Rumble gewinnen lassen, werden die genauso auf die Parika angehen, wie als wenn es The Rock sein wird. Das Problem ist halt einfach, äh, Reigns hat beide Titel. Rein vom Logischen her, klar, man muss The Rock gewinnen lassen, damit das Match zustande kommt, weil sonst hätte Reigns einen anderen Gegner. Ganz klar. Aber es ist scheiße. Aber gut, dann ist das halt mittlerweile so. Und Charlotte Flair, bitte nicht. Bitte nicht. Eine World-Title-Situation, das könnten wir uns vielleicht für einen anderen Talk uns mal aufheben. Da habe ich eine interessante Theorie noch dazu. Okay, dann machen wir das halt so. Und dann gehen wir aber zu Charlotte Flair. Ich möchte, ich möchte kein Charlotte Flair als, als, als Gewinnerin. Schon wieder. Keine Ahnung, macht Alexa Bliss oder so. Mit Bray Wyatt oder irgendwas mit dem neuen Gameplay. Weiß nicht, ich lasse sie mal gewinnen. Mit Ripley. Oder Rare, genau, Rare Ripley. Ja, auf jeden Fall, Rare Ripley. Hat man ja gerade eben schon. Wäre auch eine Idee. wäre viel besser. Wäre extrem stark dargestellt. Ja. Wäre viel besser als Charlotte Bliss. Und sie gegen Bianca bei WrestleMania, das wollen doch alle sehen wahrscheinlich. klar. Das wird auch ein Hammer-Match. Ja, natürlich, natürlich. Rare Ripley, ja, das wäre ein Name, wo ich sage, geil. Viel besser als Alexa Bliss. Ja. Ja. Und Cody Rhodes, was glaubst du, wie würde denn der unter Triple H sein? Schwierige Frage. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, der wird auch stark dargestellt, wird auch gut gepuckt. Ich glaube, Triple H weiß, was er mit Cody Rhodes hier hat. Die persönlichen Differenzen, ja, das ist halt einfach so gewesen. Es gab eigentlich gar keine persönlichen Differenzen. Man hat beim AEW ein bisschen geschultet gegen Triple H mit Cody Rhodes. Ja, es ist halt einfach part of the business und scheiß drauf. Ich glaube nicht, dass es großartig da Probleme gibt zwischen den beiden und Triple H weiß, was er an Cody Rhodes hat und was für einen Star-Power er mittlerweile besitzt. Ja, definitiv. Vince Beckmann hat es auch damals beim Steve Austin Podcast gesagt, wenn du wirklich im Wrestling Geld verdienen musst, musst du öfter mal dein großes Ego nehmen, es auf den Tisch legen und einfach mal die bittere Pille schlucken. Auch wenn dir diese Person eventuell nicht gefällt. Ja, ja, das wird wahrscheinlich, wenn es irgendwann so weit kommen sollte mit CM Punk das allerselbe sein. Auch wenn CM Punk und Triple H sich wahrscheinlich privat überhaupt nicht leiden können, Triple H weiß, was für eine Star-Power Triple H hat und wird das genauso handhaben. Das macht auch eine gute Geschäftsführung in so einem Unternehmen aus, dass man private Differenzen und Geschäftliches nicht vermischt, sondern schön differenziert hier. Genau, und wenn gewiss, und wenn das die Fans haben wollen, dann haben sie einen Grund. Ja, that's best for business, das ist nicht nur eine Catchphrase aus einem Authority-Charakter, es ist wirklich so. Triple H weiß, was das Beste fürs Geschäft ist und sowas ist das Beste fürs Geschäft. Um da mal kurz das Thema aus des letzten Talks nochmal aufzugreifen. Wenn euch das Video interessiert, dann schaut doch einfach mal an, Infokarte blind dazu gerade auf, werde ich wahrscheinlich eh vergessen, aber kamen die letzten Tage auch online. Ja, dann können wir, glaube ich, hinter diesen Tokenhaken machen, weil ich habe keinen. Wenn ihr noch großartig Gewinner habt oder Verlierer habt, die in der Triple H Ära bisher so rauskristallisiert haben, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, auch wenn ihr komplett andere Meinung seid, was wir von Leuten hier so genannt haben, schreibt es mir in die Kommentare eure Meinungen. Zu dem Thema würde mich da echt brennend interessieren und mich würde es freuen, wenn es da in den Kommentaren vielleicht so eine kleine Diskussion gibt zwischen einzelnen Usern, die andere Meinung sind oder ich grätsche da auch mal ein oder Julius. Wir schauen dann einfach mal, was sich so in den Kommentaren entwickelt. Julius, dir vielen Dank, dass du bei dem heutigen Talk auch wieder dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dich heute genügend aussprechen lassen, das wurde ja beim letzten Mal kritisiert von all den Zuschauern und von dir. Ich hoffe, es hat dieses Mal gepasst. Ja, auch von der Länge her war es diesmal gut. Ich habe jetzt hier 48 Minuten draufstehen, es dürfte so eine dreiviertel Stunde jetzt gehen. Ist in Ordnung. Ist in super Länge. Ja, und ja, schreibt mir bitte auch mal in die Kommentare, ob ihr immer gerne andere Games sehen wollt. Ich nehme ja momentan WWE 2K22 auf, ob ihr mal was anderes sehen wollt. Keine Ahnung, Call of Duty oder so. Die meisten meinen es wahrscheinlich eh nicht schauen, sondern im Browser-Tab einfach nebenbei aufhaben und sich das hier anhören. Aber schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne mal andere Games sehen wollt, wenn ihr hier wirklich zuschaut. Und ja, dann Julius, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Das war mir diesmal ein Fest. Ja. Ich spoiler schon mal, es wird demnächst wieder einen Talk geben in diesem Adventskalender. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Vergesst nicht zu abonnieren. Zwei Stück. Ja, zwei Stück, zwei Stück. Und der zweite wird ziemlich lang wahrscheinlich. Aber ich möchte nicht da großartig spoilern. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auf jeden Fall mal diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann ihr auch immer dieses Video schaut. Und ciao. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit and make your shit slip. Or you'll believe it when I fall in. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. Get nice off the break. Get nice off the break. Get nice off the break. Bis zum nächsten Mal.